Hallo Hansa-Fans. Im Jahr 2011 haben wir hier das 20-jährige Meisterjubiläum gefeiert. Übermorgen ist es nun soweit und wir feiern Rückkehr der Heldenteil 2, das zehnjährige Aufstiegsjubiläum. Einer, der 2007 zwar nicht mit aufgestiegen ist, aber der in das All-Star-Team berufen wurde. Der ist früher angereist, der ist heute hier und hat sich ein bisschen Zeit für Hansa TV genommen. Herzlich willkommen, Ken Lehmanns. Ja, danke sehr. Es ist immer schön, dass ich wiederkommen darf und es ist immer eine gemütliche Atmosphäre hier. Also ich bin froh, dass ich schon am Freitag hierhin gekommen bin. Wenn wir nur gesagt haben, Ken, schön, dass du hier bist, müssen wir eigentlich sagen, du bist schon wieder hier, weil vor kurzem warst du gerade da und ich habe mir so gedacht, Mensch, Hansa Rostock ist ja für dich auch so was wie ein Magnet. Wenn man einmal da war, kommt man nicht mehr von los. Na klar und ich habe es auch gesagt, wenn du dich wohlfühlst bei einem Verein und du merkst, dass die Leute dich mögen, ist es immer schön, dass du wiederkommen darfst und es ist immer wieder eine schöne Zeit, dass ich habe, auch wenn ich jetzt nur drei Tage hier bin, genieße ich die Tage. Nun warst du zwei Jahre hier an Bord, der Kogge von 2012 bis 2014, hast 34 Spiele gemacht, drei Tore, drei Vorlagen. Gibt es so spontan, wenn du dich zurückerinnerst, ein Spiel oder eine Begebenheit, wo du sagst, das war besonders schön, da erinnere ich mich sehr gerne dran? Im Allgemeinen das Spiel, was wir gemacht haben gegen Armagnia Aachen, das Auswärtsspiel, also dass wir am Ende noch 3 zu 4 gewonnen haben und dann habe ich noch unsere Trainer Marc Fascher, so eine Flugzeugbewegung machen sehen auf dem Platz, also daran erinnere ich mich oft an dieses Spiel, das war unglaublich, die Leistung, die wir da abgeliefert haben. Nun sitzen wir hier im Ostseestadion und so ein bisschen was hat sich verändert, wir haben eben schon so eine Platzbegehung gemacht, also das ist schon ein richtiger Teppich hier, oder? Es ist ein ordentlicher Teppich, also ich hatte mich der auch gerne in der Saison gewünscht, was sie hier, wenn ich hier gespielt habe. Also Hut ab für die rasende Leute. Die Hansa-Fans haben ja nur eine andere Begebenheit bei dir, so ein bisschen mehr in Erinnerung. 4. Mai 2013, wir spielen gegen Kickers Offenbach, wir führen 2 zu 1, 83. Minute und wenn wir da vorne hingucken, da im Strafraum, an was erinnerst du dich? Erinnerst du dich noch an diese 83. Minute? Ja, schade, dass ich mich da noch an erinnere, ja. Wie war das, wie war es aus deinem Erleben? Ich glaube, dass ich grätsche und ich mache Kontakt mit meinem Schinnbein gegen den Gegner, seinen Namen weiß ich nicht mehr und auf einmal Schinn- und Wadebeinbruch und Elfmeter, das war noch das Schlimme. Gar nicht der Wadenbeinbruch, sondern der Elfmeter? Ja, Elfmeter und zum Glück, weil ich hatte dieses Spiel schon eine gelbe Karte bekommen von Frau Bibiana und zum Glück war sie so erschreckt, dass sie mich nicht noch mal eine gelbe Karte und rote Karte, ansonsten hatten wir mit zehn Leuten gespielt. Aber trotzdem, ja, Elfmeter und 2 zu 2, ja. Woran ich mich noch erinnere, als sie dich vom Platz getragen haben, wir haben ja auch alle fassungslos darauf geschaut. Ich glaube, die Trage ist sogar noch runtergefallen, dem einen. Ja, aber das Komische gehörte dazu. Also das kann mal passieren. Es ist schon oft so passiert. Aber ja, das war alles so. In diesem Moment passte das genau dazu. Dann wurde dein Bein geschient mit einem 20 Zentimeter langen Nagel mit einer Platte. Ist das inzwischen raus? Nee, der ist noch drin. Also die Chirurgen haben damals gesagt, wenn du keinen Schmerz hat vom Nagel selber, kann der Nagel ruhig drin bleiben. Also aber ich merke es, wenn es kälter wird im Winter, dann tut es unheimlich weh, ja. Ja, ist Metall. Das dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Genau, genau. Und deswegen bin ich darüber am Nahdenken, im Winter in Urlaub zu gehen für sechs Monate nach Spanien oder so. Dann passt das. Kannst du denn mit diesem Nagel und mit diesen Beinen auch richtig Fußball spielen? Weil du wirst hier vielleicht 90 Minuten gefordert und die Gegner in dem Aufstiegsteam, die können alle gut Fußball kicken. Ich auch. Also aber ich hoffe es, dass ich 90 Minuten spielen darf, dass ich nicht 1200 Kilometer gefahren bin, nur auf der Bank zu sitzen. Also ich hoffe, dass der Trainer mich zumindest 45 Minuten spielen lässt. Also ja, ich habe unsere Mannschaft auch angeschaut und wir würden ordentlich gegen Gas geben. Ja, aber du weißt ja, wie die Trainer so sind. Die entscheiden, wer auf dem Platz ist. Und du hast ja vorhin schon so im Vorgespräch gesagt, man kann auch mal 90 Minuten hier auf so einem blauen Sessel schmoren. Ja, und diese Erinnerung habe ich auch in der zweiten Saison, was ich hier, die zweite Hälfte von der zweiten Saison habe ich oft auf dieser Bank gesessen. Also ich weiß, wie es fühlt. Du weißt, wie sich das anfühlt. Gut, die Zeit hier bei Hansa, die kennen viele Fans noch von dir. Was die meisten jetzt aber auch zu Hause interessieren dürfte, wie ist es denn mit Ken Lehmanns weitergegangen nach Hansa? Was machst du heutzutage? Womit verdienst du dein Geld? Mit normaler Arbeit. Also 40 Stunden in der Woche. Und da bin ich Vertreter für eine Autoreifenmarke. Und ich bin Vertreter in Belgien und Luxemburg. Und es ist eine ganz andere Welt als Fußball. Aber ich habe mich immer gesagt, ich bin nicht der beste Fußballer, der sein Geld verdient, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Also ich habe mir immer hinter den Kopf gehalten, dass ich trotzdem noch arbeiten soll. Also wenn wir einen Satz günstige Winterreifen brauchen, könnten wir uns vertrauensvoll an Ken Lehmanns wenden? Ja, wenn ich dann sehe, 28.000 Leute mal vier, das sind dann 100.000 Reifen. Ja, kann man mir gerne anrufen. Gut, das wäre dann alles finanziert. Perfekt. Privat, du bist verheiratet und hast zwei Kinder. Wie heißen die? Wie alt sind die? Ich habe zwei Kinder. Der älteste ist sechs Jahre und der heißt Dein. T-I-J-N. Und der jüngste ist drei Jahre und der heißt Yves. Und können beide Fußball spielen oder versuchen es schon so ein bisschen oder gar nicht? Ja, der älteste fängt nächste Woche an bei uns im Dorf und hat sich entschieden, dass er gerne Fußball spielen möchte. Und ja, da freue ich mich allein mal darüber, weil er hat sich noch verzweifelt zwischen Fußball und Hockey, weil in Holland gibt es auch noch Hockey. Aber Fußball ist besser. Hat er sich entschieden oder hat das der Papa entschieden? Nee, Papa hat gesagt, auch wenn du Tennis spielen möchtest oder zum Ballett gehen oder so. Also, aber Hauptsache meine Kinder entscheiden selber, was sie mögen. Wir haben die ja vor ein paar Wochen hier schon mal gesehen. Zumindest deine Frisur haben sie geerbt, oder? Also die Haarfarbe. Die Haarfarbe? Die Kinder, meine Kinder. Ja, Haarfarbe nicht, aber Frisur, ja. Haarfarbe, also es wäre vielleicht günstig, wenn die meine Haarfarbe hätten. Dann habe ich gesagt, ja, das sind meine Kinder. Nee, aber das sind 100% meine Kinder. Spaß. Als Rothaariger fällt man ja auch auf, gerade so wie heute, wir haben es auch schon gesagt, der Tag der Rothaarigen. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, danke, danke. Ich habe es auch mitgekriegt per SMS. Also meine Frau hat mir ein SMS in das Auto geschickt, Glückwunsch hat sie geschrieben. Ich habe gesagt, womit? Und dann hat sie gesagt, es ist der Tag der Rothaarigen. Also ich freue mich. Ich fühle mich auch, wie heißt das? Wohl damit. Wohl damit und gefeiert. Lebst du wieder in Flamen, da wo du ursprünglich herkommst oder ist es ein anderer Teil von Belgien? Wo lebst du jetzt? Immer noch in Holland, also in Venlo. Weil meine Frau ist Holländer und wir haben diese Wohnung immer behalten, auch wenn ich hier umgezogen bin. Und ja, jetzt ist es schon 14 Jahre, dass ich in Venlo wohne eigentlich. Und Venlo ja als Kind, du bist ja niederländischsprachig aufgewachsen. Und noch so eine Anekdote, ich habe gelesen bei einem Jugendclub in Molenbeck, da haben die gesagt, nein, du sprichst niederländisch, mit dir spielen wir nicht, geh mal wieder nach Hause. Ja, entweder du musst Französisch sprechen. Also ich habe mich ganz schnell angepasst und auch Französisch, also wir hatten sowieso in der Schule französisches Unterricht. Aber das kam alles ein bisschen schneller, das musste schneller und deswegen bin ich auch zweisprachig. Aufgewachsen da. Gut, noch apropos Niederlande. Hier in Rostock hast du ja über Niederländisch, Niederlande, einen deiner besten Freunde sozusagen, kann man sagen, kennengelernt. Weil zumindest habt ihr noch einen intensiven Kontakt. Ein Kollege, ein Kollege, hallo Johann. Nein, das ist nicht nur ein Kollege. Also was man von euch hört, ihr passt ja wie Arsch auf Eimer, das hat wirklich gepasst, also ihr seid ein Dreamteam. Ja, also ich habe Johann nur kennengelernt hier in meiner Zeit im Rostock. Und unsere Freundschaft ist immer noch da und also er war ja auch beim Pokalspiel und eine Woche vorher war er noch bei mir zu Hause. Also wir treffen einander sehr oft. Und ich kann ja noch so mal für die Hansa-Fans zu Hause vielleicht so ein bisschen auch was preisgeben. Der Johann, der hat gesagt, er fühlt sich hier in Rostock auch so wohl, der möchte jetzt in den nächsten Jahren seinen Trainerschein machen. Und sein Traum wäre es, einmal hier zurückzukommen, irgendwann zu Hansa-Rostock und hier Trainer zu sein. Und dann hat er noch gesagt, mein Co-Trainer ist Ken Lehmanns. Ja, diesen Plan haben wir schon sehr nadrücklich besprochen. Also er macht die Trainerscheine und er holt sie dich und ich bin dann der Co-Trainer. Kannst du dich so einem Holländer unterordnen, ja? Ja, weil der Johann ist auch eine ganz schlaue Person. Also der kann, taktisch ist er sehr gut organisiert und ich bin dann stolz, dass ich sein Co-Trainer sein darf. Gut, dann werden wir sehen, was die Zukunft so bringt. Ken, bevor wir dich jetzt dann hier gleich entlassen, weil du musst dich ja auch vorbereiten noch auf das große Match. Wir werden noch ein paar Runden drehen, wir haben auch den Athletiktrainer noch da. Aber ich kann schon mal so nebenbei zeigen, ich habe ja schon mal bei Axel auch geguckt und ein bisschen Stibitz, das eine Trikot, was da angezogen wird, das können wir hier schon mal so ein bisschen rein. Wir haben da auch so ein Jubiläum, was wir in Rostock demnächst haben. Also 1218 wurde die Hanse und Universitätsstadt Rostock, ja, sozusagen, also ist unser Gründungsdatum mit. Und das ist auf dem einen Trikot vorne mit drauf. Sehr schön, aber das ist nicht unsere. Ich glaube, du darfst das denn hier ansehen, das ist das Blau. Auch schön, aber das zeigen wir nicht. Das zeigen wir, das müssen die Leute ja im Stadion dann sehen. Ganz genau, ganz genau. Ken, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sehen uns am Sonntag hier im Stadion und dann werden wir deinen Werdegang weiterverfolgen. Und dann sehen wir uns hier spätestens 2028, dann wieder zum zehnjährigen Aufstiegsjubiläum. Schön, dass du da warst. Und ich hoffe, dass trotzdem noch ein paar Leute am Sonntag die Zeit nutzen und die Zeit nehmen, hierher zu kommen, weil ich möchte auch noch mal gerne ordentlich für ein paar Leute spielen. Schöne Schlussworte, danke.